Obwohl, wenn der ausruft, der ist ja nur über Wasser, dann geht das ja noch. Dann kann sie ja wieder raus gezogen. Achso. Ich bin noch halbwegs aufgestellt, hab gesucht. Nein! Ja genau. Du bist doch hier gar nicht mehr. Aber schwieriger. Noch wieder zurück. Da geht es ja, ich kann nicht sagen. Du, wie du, wie ich jetzt und beat props habe. ich dachte ich wusste nicht wo ich landen sollte, ich dachte ich fahre mal hinter dir her schweizelt Ok 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 Schau Er ist ja wieder außen gemacht Das war nicht sex Warte Obwohl er immer noch über Wasser Dann geht das ja noch Ich bin noch halbwegs aufgestellt Und hab nicht so Ich bin so Ist das ein Schnorchel vorne drauf? Nein. Achso. Achso, da sind die Amaturen bei dem Ding. Was ist das? Ist das Stelz oder was ist das? Jetzt bin ich mal gespannt, ob die noch wieder anspringt. Wenn die Wasser zieht, dann hast du verloren. Wenn der Motor Wasser zieht, ist das scheiße. Was ist das? Ist das Stelz oder was ist das? Was? Was ist das für eine Marke? Der 850er Odes ist das. Ach Odes, okay. Da steht es auch dran. Die sieht man ja auch nicht oft. Ja, wir haben jetzt 1, 2, 3 hier. Nur von uns. Ganz ehrlich, ich dachte mir, der ist gar nicht so ein Teenie. Der ist gerade auch durchgefahren. Vorhin sagte der Foltertscheider, der ist da durchgefallen. Vorhin war der eine mit der Ex-Avea. Da guckt der Funkstücken auf. Hör mal gar kein Sch-Avea. Hör mal! Seid doch mal leise, ich muss dir das erzählen. Alles so leise. Alter, das könnt richtig Schwein gehabt. Der muss nicht gezogen. Aber wieso ist der Ablauf zu der Scheiße? Wahrscheinlich, weil da ein bisschen was hier reingelaufen ist. Von der Welle. Das wäre egal. Aber das muss ich rausziehen. Der ist nur für euch, ne? Meine hab ich auch schon so weit gehabt. Schwein gehabt, ne? Man muss ja gucken. Da hab ich echt Schwein gehabt. Alter Fitt. Da hat irgendjemand auf Video. Ich hab das rausziehen. Fakt ist, jetzt hat man natürlich auch kein Tuch. Ich hab die Tür auf. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. Ja, das ist gut. Hey Was rein da? Film Ja geil Aber du läufst jetzt ne? Oder fährst bei Petra mit? Ich bin sauberer als vorher Ich bin sauberer als vorher Vielleicht sind die careful Geheim Wie war Bis zum nächsten Mal.